Hallo zusammen, wir sind Claros Orgs, ein mitgeründeter Footballverein aus dem Kanton Clarice. Wir schaffen zuerst für unseren Liga-Weitritt im 2021, brauchen aber noch einiges an Arbeit. Charges brauchen wir, wir brauchen Dinge, um ein Homebook zu organisieren und alles das kostet ordentliche Stangengeld. Das Crowdfunding, das wir hier auf eigenem Interview machen, widmen wir unseren Charges mit euch, wenn wir das erreichen. Danke jetzt schon vielmals für eure Mitarbeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1.